Und hier hat man eine Karte von Gotham City und ratet mal, ratet mal, es ist ein Rätsel. Aber bevor wir das Rätsel machen, so sieht Gotham City gemalt aus von hier oben und es sieht wunderbar aus für diesen Architekt, der das gemacht hat. Und man sieht auch, wie der Wonder Tower noch nicht ganz fertig gebaut ist und auch die Brücke, wie das alles noch vor Arkham City aussah. Die Boote sieht man, die Insel ist voll krass. Wo lässt sich ein wunderbarer Blick auf die Vergangenheit nehmen? Wonder City, ja. Und da waren wir auch noch nicht, aber da werden wir auch noch leider nicht hinkommen. Aber das ist die ganze Helikopter, weil das ist alles gesperrtes Gebiet. Voll krass aber. Und da ist eine Riddler-Prophäe. Überraschung, Überraschung. Ja, alles klar. Dann hacken wir mal das Gerät. Tiger, HSP, Zentralrechner, Zielwartungszugang, ja. Beschützende, genau. Klettern wir mal runter und klettern jetzt den Wonder Tower hoch, um Protokoll 10 zu stoppen. Ja. Wie sieht's aus? Die Stufe 1 wurde abgeschlossen, Sir. In den primären Einsatzgebieten liegt die Zahl der Toten über den Schätzungen. Gut. Die Angriffe jetzt auf das Museum konzentrieren. Kabelpots Festung dem Erdboden gleich machen. Bestätigt, Professor Strange. Kabelpot? Das ist der Pinguin. Was habt ihr mit dem Pinguin? Ist hier? Tschüss. Ein Schatz? Leider. Also war ich so? Ein Schatz? istem�� berries, dann. Ja. Warum année sie das noch? Da bist kein Neu. nicht fertigzen. Was nicht so? Nein. Wo ist das Kal sei. Ach, ja, spring ich mal dahin und jetzt geleite ich jetzt einfach dahin. Ja. Perfekt. Wettertropfen haben wir jetzt genommen. Keine Sorge, wir kommen auch wieder zurück. Halor in der Stadt. Ach, ich hätte hier lang klettern müssen. Egal. Ich habe es anders jetzt gemacht. Nicht so schlimm. Ich meine, die Leute, die den Pinguin nicht mögen, verstehe ich schon. Aber da darf man nicht einfach sterben. Ich stelle euch mal vor, alle Gegner von Batman sterben. Der Joker, Two-Face, Harley. Pinguin, Poison Ivy, Catwoman, ähm, ja, all diese Gegner. Kindercrog, Bane. Dir läuft die Zeit davon. Strange wird jeden töten, der dort ist. Ich bin fast oben. Ich werde ihn aufhalten. Ich weiß. Wie hat er all das schaffen können? Er hat hunderte von Menschen umgebracht und das mit dem Segen der Stadt. Er ist verrückt. Er hat einen Helfer. Wenn Protokoll 10 gestoppt ist, finde ich heraus, wer es ist. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Es wurde ja sehr oft gesagt, der Meister. Wir wollen jetzt wissen, wer der Meister ist. Wir werden es noch herausfinden. Aber es ist echt ein schöner Blick von hier oben. Aber alle Leute, die Höhenangst haben, sollten aber es nicht hochgucken. Oder warten mit ihrer Höhenangstzwecke. Was weiß ich. Ja. Ich gucke gerade noch kurz was nach. Ah, da. Das ist nur noch. Runterziehen. 9 Dämonensiegel zerstört. Ist da noch was? Weiß ich jetzt selber nicht. Meinst du nicht? Dann passt das doch. Egal. Schön, dass ich dran gedacht habe. Genau. Ja. Dann wollen wir mal zum Turm hochgehen. Hoffentlich schaffen wir es noch rechtzeitig. Bevor Strange noch mehr Anfaden anrichtet. Tiger, wir sind beim Turm. Keine Spur von Batman. Die Suche fortsetzen. Bestätigt. Suchen den Turm ab. Viel Spaß dabei. Warum gehen die überhaupt davon aus, dass ich noch lebe? Als letztes, wo die mich gesehen haben, waren unter Stein oder Dachtrümmer. Ich meine, die haben mich vielleicht im Helikopter gesehen, aber sonst haben die dem gar nichts gesehen. Ach so, doch. Die haben mich doch in diesem Raum gesehen, wo diese politischen Gefangenen waren. Mein Fehler, mein Fehler. Natur halten. Auf dem Turm gibt es keine Spur von Batman, Sir. Gut. Vielleicht ist er abgestürzt. Die Suche in den unteren Bereichen fortsetzen. Verstehe ich dich, Zentrale. Ja, ich bin abgestürzt. Richtig. Lauge. Lauge halten. Auch nicht. Was gibt es denn noch? Natur. Ah, Wein. Was gibt es denn dann noch? Wein. Nein. Lass da. Unter. Unterhaltung ist es wahrscheinlich. Unterhalten. Ah, Passwort akzeptiert. Vielleicht war dieses Abbild doch nicht so schlecht. Oh, jetzt kommen wir da hoch. Sehr schön. Ich glaube, dass wir es tatsächlich brauchen. Sicherheitskontrollzentrum. Das war aber das schwierigste von allen. Rakete hat so lange. Gebäude getroffen. Oh, jemand hat das schon schön abgemacht. Freundlich. Ihr solltet stolz sein. Es ist der Beginn einer neuen Ära. Ein neues Gotham wird entstehen. Dann öffnen wir mal das gute Stück hier. Bam. Von hier aus können wir dann wieder hochgehen. Ihr dürft keine Sekunde unachtsam sein. Ihr habt alle meine Berichte gelesen. Benutzt dieses Wissen, um ihn zu besiegen. Alles klar. Alles klar. Ja. Das ist ein ruhmreicher Tag. Protokoll 10 wurde aktiviert. Und Batman wird schon bald sterben. Dass er sich so sicher ist vor allem. Das glaube ich kaum. Und wird der, wird jetzt die Talga-Wache hierher kommen? Wenn ja, dann freut mich das. Komm her. Geht auf euch. Protokoll 10 wird den Abschaum aus dieser Stadt spülen. Einverstanden. Er wird der erste sein. Und weg hier. Danke. Null. Drei Gegner gleichzeitig. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Muss ich erstmal nachgucken, was ich hier machen kann. Ich bin irgendwo im Raum. Du bist ja ein Genius. Dein IQ Level muss 3000 Millionen haben. Nein, schwaß. Was für eine Zahl. Die gibt es noch nicht mal. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt als nächstes hingehe. Ohne, dass ich entdeckt werde. Ich will das tatsächlich jetzt schaffen. Lagebericht. Ich will so für einen Lagebericht machen. Und das Schlimme ist, Hugo Strange wird die Wachen alle benachrichtigen, sobald er... Protokoll 10 wird die Zukunft dieser Jauchelgrube von Stadt verändern. Und schon bald auch ihnen ein Ende bereiten. Nicht so frech sein. Ich rette die Stadt. Ich meine, machst du ja auch irgendwie, aber auf eine richtig schlimme Art. Soll der Quatsch. So, wie viele Gegner haben wir denn eigentlich? Fünf Gegner. Sollte ja nicht so ein großes Problem sein. Ähm, ich frage nur, was ich als erstes mache. Vielleicht jemanden mit einer Mine in die Luft sprengen. Das reicht. Er ist hier. Erledigt ihn. Sonst werdet ihr mir dafür büßen. Ach, sei doch ruhig, äh. Professor Strange. Okay, wenn ich keine Mine nehmen kann, muss ich Free Shows machen. Aber bei wem? Oh nein. Nein, was soll ich machen? Ich bin die Zukunft von Gotham. Ich bin sein neuer Handführer. Sei doch ruhig. Ich überlege gerade, was ich jetzt machen soll. Free Shows. Ah, Schall-Bettering. Ich bin so schlau, ey. So, fangen wir mit Schall-Bettering an, natürlich. Batman ist hier. Unterscherst ihn bloß nicht. Ah, ein würdiger Gegner bin ich. Weiß das mir jetzt eigentlich, ähm, ähm. Wisst ihr was? Mir fällt jetzt gerade was ein. So, das wollte ich eigentlich sagen. Wo ich aber auch irgendwie wieder rauskomme. Batman, mir jagt man keine Angst ein. Verstecken Sie sich ruhig hinter dieser Maske. Ich werde Sie von Ihrem zerschmetterten Gesicht reißen und der Welt zeigen, was dahinter liegt. Das ist ja sehr nett. Ich habe viel Spaß, wenn du da jetzt hier... Vielleicht mach ich auch noch mal das da. Nee, ihr schießt das ab. Die Zielperson ist über uns. Ihr seid so scheiße. Ich bin so scheiße, ey. Ich habe einfach keinen Respekt vor mir. Enttäuscht mich nicht. Batman ist mit euch da drin. Haltet ihn auf. Schönen Dank auch hier. Was soll der Quatsch auch? Okay, ich wollte den Schall-Bettering nehmen, gell? Ichcha, mir geht's noch. Baah! Vielen Dank. Vielen Dank. Schade. Es hätte mich echt gefreut, wenn man hier schon reingehen könnte. Entschuldigung. Ja, ich mache das nicht mehr. Ich wollte nur austesten. Ich habe sie studiert. Ich kenne jede einzelne ihrer Techniken. Und jetzt habe ich Jugo Strange sie besiegt. Nein, hast du noch nicht. Ich bin noch am Leben. Du Schlau-Kopf. Und vor allem. Wohin schießen die? Oh nein. Und vor allem. Geh doch runter. Ja. Wir sind nicht allein. Batman hat den Raum betreten. Ach, schon längs. Das weißt du auch schon. Aber... Kontakt. Gegnerisches Gerät gefunden. Das Witzige ist ja, wenn der alle Techniken weiß, warum hat er noch nie gegen Batman gekäfft. Oh. Ich bin der Beste, gell? Ich bin der Beste, gell? Ja. Ja. Haben die schon Minen gelegt. Ich hätte Lust, dass die Minen legen. Anscheinend auch nicht. Protokoll 10 wird die Zukunft dieser Jauchelgrube von Stadt verändern. Und schon bald auch Ihnen ein Ende bereiten. Sind ja die anderen. Na, die werden schon schnell hochkommen. Ich weiß nicht. Das ist riskant, gell? Zielperson bisher nicht gefunden. So, okay. Ah, Schallbetrungen wollte ich auch noch benutzen. Warte, warte, warte. Also so richtig, meine ich jetzt. Ähm. Wie wäre es, wenn... Nein. Dahin. Hä? Haha. Also wenn... Er ist in dem Raum. Batman ist mit euch da drin. Wenn du schlau wärst, würde ich da nicht hingehen. Ich bin die Zukunft von Gotham. Ich bin die Zukunft von Gotham. Und... Bam! Schnellster Angriff aller Zeiten. Ja, gute Nacht. Schlaf gut. Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Freundlich. Da ist ja der Glatzkopf. Also jetzt nicht Lex Luthor, sondern Hugo Strange. Hallo Glatzkopf. Nein, nein, du darfst hier nicht reingehen. Ich brauchst erst das Passwort. Du hast... Du hast... Du hast das Zauberwort noch nicht gesagt. Die zerschmetterten Körper, die sie in dem Raum zurückgelassen haben, kümmern mich nicht. Ja, klar. Du hast sie auch noch ausgewählt oder so. Was ist das für immer? Vogel... Fick... Was soll das? Vogel... Schar. Können Sie mich hören, Mr. Wayne? Ja. Natürlich können Sie das. Damit das klar ist, Sie können mich nicht besiegen. Ich bin unantastbar. Aber am Anfang des Spiels hast du doch gesagt, niemand ist unantastbar. Gotham Schar. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Oh ja, immer. Ich, Hugo Strange, bin ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Oh, und wer hat das gesagt, außer du? Ach so, richtig niemand. Ja, in dein Kopf und in dein Bauch. Gewonnen. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Haha. Und so einfach kann man Protokoll 10 deaktiviert. Scheider drücken und Oracle da hacken lassen. Nimm sie ihre Hände weg. Nö. Ich habe meine Hände schon gemacht. Das ist großartig, nicht wahr? Ja. Ja. Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo. Strange. Ja, Mann, er ist tot. Geil. Wer war das? Ah, Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Eigentlich hat er sich ja hin teleportiert. Ich habe getan, was Sie wollten. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detektiv. Er war deine Marionette, Ross. Wieso? Die Pinocchio. Ich würde hier nachfolgen. Ja, das war unsere Vision. Nö. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Ja, wahrscheinlich wirklich. Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ross. Er braucht Hilfe. Und zwar sofort. Also wirklich. Wie was du willst, Detektiv. Für mich ist er längst tot. Für mich auch. So nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keine Ahnung. Zu spät. Also wirklich. Das ist ein guter Tag, Detektiv. Gut. Es werden Menschen sterben. Ach, die sind alle kriminell. Wieso solltest du es tun? Genau. Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das, das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals. Du irrst dich, Ross. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Genau. Lach nicht so komisch. Das bezweifle ich. Das ist ja wirklich. Computer, aktiviere. Hm? Protokoll 11. Was passiert jetzt? Was tun sie dazu? Ja. Code Wayne. Identität verraten von Batman. Oh nein. Außer. Nein, nein, nein. Ah. Ein Böser hat ein Zerstörungssystem. Was für ein Zufall. Und Zerstörungssystem. Aha. Wieso tust du dir das auch an, ey? Ra's al Ghul. Oder Ra's al Ghul. Aha. Geht ist. Auf jeden Fall. Bruce, alles in Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir's so. Er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Der Joker. Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Du meinst der Joker. Hallo Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Nö, perfekte Zeitpunkt. Wenn du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Nein, Talia. Ignorier ihn, Lidda. Lass ihn sterben. Ha, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stelle für dich eine kleine Show auf die Beine. Ha, ha. Der absolute Hammer. Oh, wie ich? Der Straßenweger. Der Straßenweger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Nein, vergiss es, Joker. Nimm Joker das Heilmittel ab und verhindere, dass er unsterblich wird. Folge dem Motto. Alle Flugeinheiten sofort umgehen, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Ja, los, flieht. Wo seid ihr alle? Los, flieht. Jugo Strange ist tot. Flieht, ihr Naren. Ich würde gerade halb sagen. Aber guck mal. Da ist die Leiche von Ra's al Ghul. Status verstorben. Tja, fällt, würde ich sagen. Das passiert, wenn man sich selber ersticht. Tja, ist auch seine Schuld, äh. Aber... Das ist die große Präferenacht, Batman. Wurdest du aufgeräumten? Schwing deinen süßen, kleinen Hintern ins Kino. So farb. Ja, beruhig dich. Aber irgendwie war das ja logisch. Ähm, Strange wollte alle ermorden, die kriminell sind. Und wollte alles wieder neu aufbauen. Talia braucht meine Hilfe. Ich muss sie sofort finden. Ja, Batman. Ich weiß. Hey, was soll das? Aufstehen, Batman! Hey, du siehst gar nicht gut aus. Ich war auf dem Weg, wieder zurückzugehen. Du hast Talia zurückgebracht. Habe ich nicht. Joker hat sie getötet. Na, danke auch. Schalte die Scharfschützen aus. Die habe ich aber auch nicht gesehen. Und kehre in das Kino zurück, bevor Joker sie umbringt. Hä? Ich war auf dem Weg. Ich wollte noch ein bisschen was zu Rasal Gula erzählen. Und Hugo Strange. Aktiviere Ortungscenter. Yeah. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Ja, ist ja okay. Ja, was ich sagen wollte, ähm, wenn ihr Batman gut kennt und wenn, genau, wenn ihr Batman gut kennt und, äh, auch Rasal Ghul oder Rasal Ghul, dann wisst ihr, dass, äh, das sein Ziel ist. Oh, Sekunde. Ich verstehe. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausknipse, stimmt? Hahaha. Ich meine, sie darf schon ein bisschen medallieren. Ich bin die große Bla 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 Hokus Pokus. Also schön. Ich tue es. Aber du schuldest mir was, okay? Hahaha. Na ja, ruhig, Joker. Ich versuche gerade was zu erzählen. Nee, ähm. Genau, wenn ihr gut, äh, Wenn ihr die Comics kennt, äh, Batman Begins kennt, wenn ihr die Batman The Animated Series kennt und alles andere, was Rasal Ghul mit Batman was zu tun hat, dann ist es logisch, dass er Gotham neu verformen will und alles kaputt machen will, um es neu aufzubauen. Das ist nichts Neues und er wollte das nicht nur mit Gotham machen, sondern auch mit anderen Städten. Und deswegen wahrscheinlich auch dieses Easter Egg von, äh, Metropolis und Keystone City, weil da alle Superhelden sind und er, und er wahrscheinlich alle Superhelden, äh, aus dem Weg geräumt haben möchte oder sie tot haben möchte. Genau. Das ist die große Premiere-Nacht, Batman. Wurdest du aufgehalten? Schwing deinen süßen, kleinen Hintern ins Kino. Zufahrt! Und das ist, was, äh, was er gemeint hat. Diese ganzen Scharfschützen sind hier. Und wir werden das aber erst im nächsten Mal, beim nächsten Mal machen. Denn wir haben jetzt erstmal genug gespielt und wir wollen jetzt nicht so schnell zum Ende kommen, genau. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Und, ähm, ihr abonniert, aktiviert die Glocke, gebt einen netten Kommentar ab, teilt das an alle eurer Freunde, Familienmitglieder, Klasskameraden, Nachbarn, Lehrer, nein, Spaß, an alle, auf die ihr Lust habt. Und, genau, da sag ich noch, I'll be back in the flash. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal. Du steckst du, Batman! Ich hab deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeband und der Kneifzange. Ja, sehr witzig, Joker. Und, I'll be back in the flash und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das war's jetzt. Tschüss.